So, wir kommen in der B-Liga wieder. Ja, wir sind wieder in der Liga abgerutscht. Zwei verschiedene Jaguar-Bänger diesmal. Auch mal was ganz Seltenes, ne? Jaguar-Bänger. Kann ich mich nicht erinnern, dass ich die hier als Köttel mal gehabt habe. Nö, ich auch nicht. Die kam aber so zeitgleich mit diesen Dragon-Bängern raus. Okay. Jetzt haben wir einmal hier Sonnen. Die sind aber unterschiedlich. Ja, ja. Der Backcover bei dem einen ist komplett weiß und das andere hat nochmal so einen grünen Außenrand. Das kann natürlich auch sein, dass das irgendwie falsch abgeschnitten wurde. Aber die Farbgebung, das sieht man jetzt im Hellen nicht. Das ist hier ein bisschen dunkler Gelb als das hier. Das ist mehr so, geht so mehr ins Ocker-Gelb. Das ist sogar hier bläulich fast schon und das andere ist grüner. Also ich denke mal schon, dass das unterschiedliche Chargen sind. Deswegen probieren wir das jetzt einfach mal aus hier. Jaguar-Bänger. Jaguar-Ficker. Auch die sind ja alles einfallen lassen. Das ist doch egal. Die lassen sich echt eine Menge einfallen. Das waren wir nicht. Nee, das machen wir nicht. So was machen wir nicht. Das war Quatsch. So. Mal gucken, ob die so taugen. Ja, aber... Lau, ne? Ja, lausen Lüftchen. Man muss immer dasselbe sagen, was ich sage. Selbe sagen, selbe sagen. Selbe sagen. Zweimal sagen, zweimal sagen. Ja, genau. Ich muss immer alles zweimal sagen. Am Ende zweimal sagen, zweimal sagen. Arsch, Fotze, Pille, Mann. Tick, tick und tue Rett. Ja. Ist okay. Schöne Funken, Funken-Teile. Sagen wir es so, wenn du die heute kaufen würdest, würde es sich freuen. Also wenn die jetzt genauso sind, dann sind das wohl dieselben. Dann ist das Loma von den Fahrten. Schmuttig. Schmuttig auch hier. Ist der Siebdruck verrutscht. Ich habe das Gefühl, dass die echt von einer anderen Klitsche sind hier. Die sind mal richtig schmodderig, ne? Also wenn die jetzt alle so sind, dann hören sie sich auf jeden Fall schon mal viel leiser. Komm, die hol mal weg. Ja. Boah. Boah, wie so eine alte, gamle Abbruchhutte ist halt am Stingen. Noch einer? Ja, gehen tun sie ja wenigstens. Ja, das auf jeden Fall. Oh, hier liegt ihr dann. Ja, Mädels, haben wir noch mal ein paar ausgefallene. Bis denn, tschüss.